Eine neuwertige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. 2012 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1010 Euro. KP International beantwortet gern Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal.